hey yo leute race ist wieder hier und herzlich willkommen zu einem erneuten video auf meinem kanal und heute spielen wir mal die pre alpha von titanfall 2 ich habe es ein bisschen angezeigt um darauf ein bisschen klar zu kommen und es gibt drei sachen wie man eine lobby findet also einmal gibt es hier heute wenn du jemanden tötest kriegst du geld und es muss so abliefern das zweite ist am petard point das heißt einfach nur ganz normal herrschaft und pilots raus pilots also online spieler gegen online spieler und das suchen wir einfach mal und hoffen dass wir eine lobby finden aber mit den lobbies geht es eigentlich ziemlich schnell hoffe ich ja also das war meine allererste map die ich gezockt habe uns natürlich auszuprobieren um reinzukommen in das spiel aber ich muss sagen das sieht echt ziemlich gut aus ok wie es aussieht gibt es hier auch scharfschützengewehre ich habe leider keins freigeschaltet weil ich noch so niedriges level bin aber das movement ist sehr gut auf jeden fall besser als in black ops 3 würde man das movement in black ops 3 haben würde man wahrscheinlich ohne die nuklears bekommen weil das ist richtig geil ich kann es wirklich nur jedem empfehlen es gibt es im xbox store ich weiß nicht ob es auf ps4 gibt auf jeden fall gibt es im xbox store kostenlos auf jeden fall ist es nur eine beta also falls solche lags oder glitches geben sollte ein bisschen woran zieht es ist wirklich geil also es sieht auch ziemlich geil aus es hat richtig coole farben und so finde ich jetzt und dieser wacht ziemlich ziemlich gut und das was natürlich auch nicht mehr fehlt sind diese boost slides die gibt es jetzt fast in jedem spiel eigentlich nur noch und das war belastend also ich kenne mich auf jeden fall noch nicht so gut in dem spiel aus ich weiß noch nicht mal wo man irgendwie die sensibilität erhöht weil es noch auf englisch ist und ich irgendwie zu blöd bin um es zu finden wo es eigentlich ziemlich einfach sein sollte aber es macht wirklich viel spaß also ich kann es echt nur jedem empfehlen sich das runter zu laden so lange es noch kostenlos ist und wer es kaufen möchte kann sich kaufen aber die beta sollte man auf jeden fall mal testen mein aim geht eigentlich echt ziemlich klar also für das das titanfall ist ziemlich gut das aim eigentlich finde ich jetzt natürlich gibt es noch besser wieder als ich aber naja es wird immer einen besseren geben ich habe schon auf jeden fall ein paar turnons hier verteilt wie sich das natürlich gehört als deutscher schwitzer aber naja ist normal das ist das ich kenne die spawns nicht dann wäre es auf jeden fall ein bisschen leichter zu spielen aber naja das ist halt erst heute rausgekommen also man kann es auf jeden fall nicht gleich können ich versuche natürlich mein bestes los ist es ziemlich heiß und was ist es und ich muss auf jeden fall sagen in dem game muss man schon echt schwitzen auch korn was ist denn das für ein sniper ich will auch einen sniper haben ich will die auch mal testen vielleicht schaffen wir es ja nach der runde mal im hauptmenü das umzustellen wie ich mir eine sniper schuhe kaufen kann mit meinem level mal gucken ähm oh aim schlecht aim schlecht das als secondary habe ich eine one shot werfe die es irgendwie ziemlich badass aber irgendwie trifft man mit der auch kaum wie gesagt das ist so etwas wie sturm im call of duty bloß die legen aber auch rum bambus leitung kann ich nicht kann ich nichts dagegen machen wenn die rum legen alles klar das sind die sozusagen bugs oder ah das server ist zusammengekriegt alles klar ja hier skippen wir das ganze mal ja also wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder so leute hier sind wir wieder und und wir suchen einfach mal wieder das gleiche ich hoffe bloß dieses mal echt eine bessere lobby aber naja ja das ist die zweite map in der stadt das ist mein favorit bis jetzt mal gucken was für gegner im gegner team sind und wie die runde so läuft ich hoffe natürlich gut für mich das kannst du nie wissen frag mich weil der chip steht immer da es ist immer der gleiche der sagt nichts der guckt nicht der zeigt bloß richtig belastend so mal gucken wie weit wir jetzt kommen ja das war gerade ein bug toll kann man nicht ändern oder man sniper ich weiß nicht wo die meiste zeit halten sich alle immer hier auf der ist über mir verdammt der ist über mir verdammt verdammt ich habe zuerst geschossen ich habe zuerst geschossen ich muss mal ganz schnell was umstellen was mich nervt jetzt kann ich auch wieder normal laufen jetzt kann ich auch wieder normal laufen oh verdammt die jäger sind auf jeden fall nicht schlecht auf jeden fall nicht zu challengen und alles mögliche oh ich muss schon echt konzentriert spielen dafür ich muss schon echt konzentriert spielen ich muss schon echt konzentriert spielen ich muss schon mal die 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 Verdammt! Der hat aber AIM! Oh, das war einfach mein Pech! Verdammt! Oh, ich war auf eine 6 neue Scheiße! Verdammt! Egal! Einfach weiter versuchen! Cross the map! Was? Wo sind wir? Ich hatte gar nicht zwei Schüsse, aber ich weiß nicht warum. Wo sind wir? Das nervt mich gerade. Wahrscheinlich alle am Gammeln oder so. Hä? Schinken. So. Was ist das, was ich... Wovon ich die ganze Zeit detectet werde? Ich weiß nicht was das ist. Ich glaub das ist so ein Radar-Dings. Ich hasse es, wenn man mich auf der Karte sehen kann. Das kommt oben. Nice! Da kommt noch einer. Nice! Schön! Easy! Oh! Oh du Campersack! Nein, 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 nein! Was ist denn das? Ich hab jetzt eine Granate. Die ganzen Camper, Alter. Ist das schlimm? Oh! Ich hab mich hinge... Hingeduckt. Alles klar, hingesetzt. Los! Die Gegner sind auf jeden Fall echt schon am Schwitzen. Die Gegner sind auf jeden Fall echt schon am Schwitzen. Ich hab's den. Das sind so viele. Oh verdammt! Schöne! Nein! 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 Ich darf kein Kommen! Da ist immer einer am Camp mehr, das ist ja nicht mehr normal hier Oh verdammt 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 Oh war mein Aim nicht on point, ich hab ihn nicht mal angehittet Ah verdammt, das war belassend Oh, Glück Von wo spawnen die jetzt? Ich weiß es nicht, von wo die spawnen Ich mag das Haus hier voll So lange ich nicht campe, ist ja alles nur ok Oh fast Ok, dafür kann ich nicht zu stand erholen Da hab ich jetzt niemals im Leben nach wie guckt, dass da jetzt einer steht Was? Der war fast tot Was war das gerade von mir? Ah, was mach ich da? Was mach ich hier? Was war das gerade für ein Bug? Verdammt Oh 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 Ich muss kurz mal Chill und relaxen Und hoffen Dass ich irgendwie nicht Ich werde Oh das war doof von mir Das war so doof 15 zu Ach Verdammt Die Lobby ist so schön Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wo die alles kommen Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wo die alles kommen Was? Oh Oh Das wusste ich nicht Man kann durch die Autos sogar durchschießen Das ist ja noch schlimmer Oh das Ich werde das so hassen Oh man Kein Problem Kein Problem Neut, sterb doch Hier irgendwo Ich liebe dieses Meister Oh oh Renate Bitte, bitte, bitte Ja Schönes Nein Nein Ich weiß nicht was das ist So eine kleine Krabbe Die dich tötet Voll fies Ich glaube Wie ich wusste wurde mir auf dem Radar gezeigt Nein, 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 nein Du kriegst mich nicht rein Oh, macht das game laune Da sieht jeder der das Spiel noch nicht ausprobiert hat Der soll es sofort machen 5 Pfarrer, wir sind nicht weiter. Wo ist das Depot? Das ist hier. Wir müssen nur defenden. Wir werden 100% von da kommen. Aber trotzdem gehen wir einfach mal schnell hier hin. Dass wir sozusagen alles absichern können. Wenn es jetzt jemand trotzdem hier reinschaffen soll. Oh, war das schlecht von mir. Ja, lad doch nach. Ja, lad doch nach. Oh, verdammt. Oh, das war jetzt belastend. Oh, schade. Verdammt. Naja. War auf jeden Fall eine gute Runde. Ja, aber... No, yo.